ja ich muss erstmal die maschinengewehre finden weiter unten ist das okay lass mich doch mal da durchfallen oder so hier sind maschinengewehre irgendwo okay wo jetzt mal die waffe checken danke wie kann ich runter checkt die map nicht hier ist noch weiter runter hier ging es durch hier ging es auch noch mal runter panzerabwehr geschütz hier ist das ding was willst du machen noch was ziel erfüllt okay dann schnell irgendwie in sicherheit zerstören sie den panzer mit dem panzerabwehr geschützt im zweiten stoff wieder hoch oder was geht's hoch wo geht's hoch wo ist hier ein panzerabwehr geschütz auf der anderen seite ach so ich muss das haushalten die kommen jetzt von allen seiten oder was gut haben sie das gebäude bis verbündete einheit sie ablösen so was hasse ich ja muss jetzt aber nicht nur weitere panzerabwehr schließen oder okay hier mal zumindest nicht ist das wahrscheinlich dumme idee jetzt hier raus ist auch eine dumme Idee. Oh. Ah. Lass mich dabei raus. Lässt der mich nicht hier raus? Arsch. Da unten. Uh oh. Oh, Alter. Ist das ein Gegner? Ja, das war ein Gegner. Okay, jetzt kommen anscheinend keine neuen Panzer, das heißt ich kann auch hier drin bleiben. Wann? Okay. Ja. Wann? 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 krass lass mich doch mal danach rein, wenn ich da rein will das ist so hardcore, ja wer denn wo denn? da ok, die granat hier macht mir viel viel Aua, da geh ich mal lieber nicht rein das war scheiße oh, keine Muni mehr so, jetzt kommt es drauf an oh Gott oh Gott oh 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 nein, ich muss nachladen gerade nein nein nein, ich treff nix schicksal das meine eigene Gott. Acht Sekunden. Die ist aktualisiert. Nein. Das sind zu viele, ne? Boah. Ich hab ziemlich scheiße gespeichert. Okay, so geht's nicht. Ich hab ziemlich scheiße gespeichert. Oh, da ist natürlich direkt so ein Teil explodiert. Ich seh gar nix mehr. Wo kommen die Typen her? Da. Ich bin tot. Er kommt halt direkt. Krass, von da unten auch. Hart. Oh, von da oben auch. Ich muss erstmal einen guten Weg finden. Boah. Zehn Stück noch übrig. Ich lass die jetzt erstmal machen. Da ist ne Helfpack. Gott, jetzt sollte das gehen, ne? Ja. Was sollen die machen? Boah. Ja, es war fies gewesen, ne? Okay, wir haben's geschafft. Puh. Das war hart. 2004 ist das Spiel, glaube ich. So, was nun? Wir sind die Ball. Geht gleich weiter. Ist da irgendwo was? Da hinten. Bruder, war auch noch mal. Okay. 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 Danke. Gott. Wo war der denn jetzt? Echt da oben? Nee. Hä? Woher? Wo schießt der denn? Da schießt doch noch einer. Direkt von vorne. Und ich seh's nicht. Da oben drauf. Da ist er tot. Das ist denn mein Ziel. Sichern Sie die Panzerfabrik. Okay. Hallo? Hallo? Ja, für 2004 ist das Spiel recht nett. Grafisch gesehen zumindest. Ich schon. Aber. Das hat sie nett gemacht. Oh. Ich bin hier weg, glaube ich. Ach, hier unten. Okay. Alles klar. Da kommt einer noch. Achso, deshalb. Hä? Hier. Ich hab gedacht, das Poster hier wäre... Das Poster hier wäre ein Gegner. Ich hab einen Weg. Ah! Shit! wie fies renate der andere haut auf mich drauf besser ja 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 Dann haben wir eine Granate durch. Ich glaube es ist nicht. Ja, war klar, war klar, war klar. Das ist nett. Die alle weggebämpst. Ja, Jungs, bringt euch doch mal da in Sicherheit. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Ja. Wollt ihr sehen? Da hinten habe ich was gesehen. Da sind sie! Da oben! Hintenflankieren. Hmmm. Sullivan. Und jetzt, wer da hinten auf ist. Hoff'n. Ah. Rechts? Was ist von denen aus? Dort. Ich trau mich nicht da hoch. Oh, da. Guck mal da. Wer sehe ich jetzt gerade einen? Hi. Das war es hier, oder? Okay. Da ist noch einer. Shit. Hier oben müsste ich ja alle weg haben, oder? Grundsätzlich. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020